Ich heiße Annika, ich arbeite in der Personalabteilung bei Bülfinger. Ich bin durch einen Artikel im Internet auf das Angebot aufmerksam geworden, habe mich dann gleich angemeldet und bin jetzt seit knapp einem Jahr dabei. Mein Name ist Enzo, ich arbeite bei der BWIT, bin auf Empfehlung von meinen Kollegen zu Interfit gekommen. Mein Name ist Nina, ich arbeite bei Bülfinger in der Personalabteilung und bin seit circa einem halben Jahr bei Interfit. Was mir an dem Programm besonders gut gefällt, ist, dass man nicht an einen Ort gebunden ist, sondern mehrere Studios nutzen kann. Die Ausstattung des Studios ist sehr gut. In manchen Studios findet man viel für Cardio, wiederum in anderen Studios viel für Krafttraining, was ich sehr gut finde. Die Gesundheit bei Bülfinger liegt uns sehr am Herzen, deswegen möchten wir unseren Mitarbeitern auch viel in Bezug auf körperliche Fitness und Entspannung anbieten. Eines unserer Angebote ist die Kooperation mit Interfit, wo Mitarbeiter sehr, sehr günstig und auch gemeinsam mit einem Lebensgefährten, dem Ehepartner oder auch einem Kind trainieren können, bei Zumba, Yoga oder Bauchbeine, Po sich verausgaben können oder einfach nur im Wellnessbereich entspannen können und so sozusagen ihren Stress am Ende des Tages abbauen. Interfit ist sehr flexibel. Ich kann bis zu drei Monate pausieren, zum Beispiel im Sommer, wenn ich lieber draußen Sport mache. Ich gehe gerne in die Studios, weil die Atmosphäre sehr angenehm ist und es ein sehr großes, umfangreiches Kursangebot gibt. Wenn ich hier zum Training gehe, gehe ich am liebsten zur Webensäulengymnastik, weil es einfach meinem Rücken gut tut und auch die Trainer sind hier sehr nett und unterstützen einen auch, wo sie können. Ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden, weil Training mit Kollegen einfach Spaß macht. Also probiert es aus. Hey ihr da draußen, ich weiß, dass es immer sehr schwer ist, sich für Sport zu motivieren, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich hier anzumelden, denn es ist wirklich eine gute Sache. Ich weiß, jeder von euch hat einen inneren Schweinehund, also macht schon, kommt her und meldet euch an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.